So Jungs, wie war es gegen die Brotetos zu spielen? Stabil. Stabilität oder stabil? Wir waren echt gut. Das ist ein ganz geheimes Video und zwar spielen die Brotetos gegen Abonnenten und die wissen gar nicht, dass ich das Ganze jetzt hier aufnehme. Also schaut mal kurz rein. Sie hat auch einen Rass. Hier ist es ein Rass. Komm schon kurz. Ach es! Das ist wassmeig. Was ist Ende? Oh, ich hatte es noch nicht. Ja, 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 ja. Oh schön, der Fummett! Oh! 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 Damn! Yeah! Swank, potatoes! Bye, have a great time! Boah, Holzi dreht auf! Holzi nio! Zu Spidey! Uh! Lastikon! Jetzt kommt dann die Abonnenten aber! Nein! Nein! Hey, wir kommen zu denen vor vielen! Was? 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 Genau! Na, hände zu ihnen. Ja, boii! Bis zum nächsten Mal. 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 Game over. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye.